Oh, hier ist eine Tasche. Okay, Wurfstern, stark. Okay, das ist wieder so eine Tür, die da... Oh. Wer hat einen Orange? Wer ist da gewesen gerade? Odin. Der Instant, du, der ist gerade zu dem, zu dem, äh, zu dem, zu dem gelben Assi hin und hat exakt auf die Pulle gehauen und ist abgehauen. Ja? Egal ob umgehend daneben steht oder so, wirst du? Instant erstmal auf die Pulle hauen. Ja, das ist Odin. Ich mag es, wenn es Pumpen macht. Ja. Ein Inventar voll, waaas? Wissst du, ich hab Gott sei Dank alles ausgeleert. Ich hab doch alles geleert vorhin. Oh, hier kommt was. Kann zwar nichts machen, aber... Da kommt nichts. Guck dir mal die Türen, siehst du das nicht? Schön, nein. Das ist die ganze Zeit schon so. Das war in dem letzten Gebäude auch schon so. Genau, da ist mir sowieso keiner hinterher. Das heißt, fake. Das ist fake. Aber wir müssen hier durch. Also müssen wir hier irgendwo eine Tür haben. Das ist nur ein Statist. Der drückt durch an die Tür und macht... Deine Sorge ist kein Zombie. Oh, hier ist was zum Öffnen. Ich hab die Tür gefunden. Die funktioniert nicht. Okay. Oh, Sau, ey. Wir sind mal wieder so dumm hier. Das gibt's gar nicht. Wer hat sich knallt? Das ist so doof, echt. Warte. Warte. Oh, ja. Oh, nee, weil es wieder nach oben geht. Ach, haben wir noch eine Treppe? Nee, ein Loch und Dach. Ach so, hier sind wir auch noch drin. Ein Loch in der Decke wieder. Ein Loch und Dach. Ey, Uldin, es nervt total. Der macht's immer wieder. Ist doch nur das Ding packen. Ja, jetzt. Und das nächste Mal triggerst du wieder irgendwas. Ich hab doch neben euch gestanden. Ich bin nur da hin, wo wir hin gehen sollen. Mehr mach ich nicht. Ach, ja. Er macht's halt immer wieder. Naja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die im Stream sich kaputt lachen. Ja, weil das echt nervt. Tut mir leid, das ist echt total nervig. Ich kann aber auch nicht fünf Stunden so lahmarschig rumgarneln. Ach, du rennst und tickerst und drückst einfach wahrscheinlich Dauer-Mashing, Button-Mashing auf Vierheck. Das ist alles. Ich guck mich auch um. Nö, dumm. Hier ist ein Funkgerät auf dem Herd. Ja, das ist die Bock. Das ist die Bock, man. Okay, komm mal her. Yeah. Geil, guck mal. Oh, die Leichenschmaus. Oh, die Leichenschmaus. Habt der Bock? Ja, die glitschen bei mir. Oh, komm mal her, komm mal her. Also die Köpfe wackeln. Also die glitschen. Oh, was ist denn hier los? Was? Köpfe, die blinken. Die glitschen bei mir. Die blinken so. Du glaubst du's. Die sind alle fest. Ich höre ein Kind schon wieder schreien. Oh, nee. Oh, die will ich sehen. Warte auf andere Spieler. Also geht's jetzt los. Ich rate, ob er wieder tickern wollte. Ich will, ich will nicht. Oh, Alter, verpiss dich. Oh, ich find das so ekelhaft. Oh, was ist denn da? Äh, was passiert denn da? Oh. Oh, 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 oh. Angriff der Kirche, Zombies. Oh, was passiert ja? Wir müssen da hinten rein. Verpisst euch. Ach. Mach' den Weg frei. Volksbanken, Reichweißenbanken. Aber ich bin hier noch drin. Freunde. Warte mal, stopp, ihr da reingeht. Bitte. Hau doch mal nicht einfach ab hier. Ja, ich bin links, Rinian. Was machst du denn? Ja, beruhigen. Ich sag doch immer, looten, looten, looten. Alter. Da bin ich, Rinian. Was hast du jetzt gemacht mit dem? Ja, Blu. Beruhigt, also wahrscheinlich erwirkt. Ach so, so ruhiggestellt, wa? So, so Mund zu erhalten. Ja, toll geteilt, die Kinderzombie wieder nicht gesehen. Ich will Oma Kinderzombie abschlachten. Da hat Blu gerade wieder die Best-Zien. Eigentlich hätte das Onkel machen müssen, rein theoretisch. Ach, hier. Ich leg mal Funkgerät schon mal rauf. Ihr seid ja abgehauen. Okay. Alles erledigt. Wunderbar. Was ist los? Funkgerät? Alter, wo rennst du schon wieder rum? Ich bin genau da, wo ihr eben drinnen wart, ihr Loser. Mensch. Ihr Loser. Du hast das Funkgerät, das war doch da hinten auf dem Herd irgendwo. Ja, das haben wir hier auch hingelegt, damit wir einen Lusen machen. Ach. Und nach draußen, da ist das Kind. Siehste, so viel kriege ich schon wieder mit vom ganzen Spiel, weißt du? Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass ihr die Funkgeräte auf den Herd gelegt habt. Krieg gar nicht mit hier. Alter. Shit. Was ist jetzt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir sollen jetzt hier hinten hin. Sprengzünder finden, oder? Wir sind runter. Die Musik ist schon wieder so antreibend. Wir haben jetzt hier keine Zeitvorgabe, oder? Nee, aber irgendwie ist es gerade so panisch, dass ich... Also wegrennen. Dann kommt er hier im Fahrstuhl rein. Wo bleibt er denn? Ich stehe da oben rum. Da kommt ein Grüner. Lauf, Onkel. Lauf. Ja, ich laufe ja. Ich bin fast am Ausgang. Ja. Krisch, ich denke, wir sind schon da. Was? Wir müssen nach unten, das weißt du schon. Wir sind im Fahrstuhl. Wir sollen in den Fahrstuhl. Das ist total falsch, Lurik-Fahrstuhl. Ihr seid komplett falsch, ihr zwei. Aber okay. Natürlich, natürlich. Guck mal, guck mal das. Ich warte auf andere Spieler. Hä? Nee, nee, hier ist der Bauch. Ja, doch. Hier ist der Fahrstuhl und hier steht, nimm den Aufzug. Ach so. Wir müssen in den Fahrstuhlschacht und dann rutscht der mir selber da die Seil runter. Okay. Und dann müssen wir bloß den Knopf drücken. Ich bin runter, ich sprung. Da habe ich meinen Haar. Ja, siehst du, ihr Hornhek-Zocker ist auch aufgefallen. Alter Pestel. Da ist ein schreiendes Baby-Zombie und Oding geht erstmal looten. Ja, doch, ich meckere da mal rum. Ja, doch, ich meckere da mal rum. Dann mache ich's denn so scheiße. Boah, riesig. Ja, doch, ich meckere da mal rum. Ja, doch, ich meckere da mal rum. Ja, doch, ich meckere da mal rum. Oh, da ist noch ein großer, die machen wir nachher. Erstmal vorher noch alle, was wir abklären können, abklären. Und dann mache ich das. Inventar voll. Ich leck mich am Arsch. Ich habe da erst rausgeleert. Sorry. Das war meine Schuld. Warum machst du denn? Nicht tot. Zu hoch alles. Entschuldigung. Ich habe mich auf den Füßen gehackt. Pickel nicht. Pickel nicht. Warum geht Oding nicht zu den Zombies? Pickel nicht. Pickel nicht. Oh, Kuma. Rot. Pickel nicht. Er ist unten. Oh. Du bist okay, Mann. Was tut das? Es leuchtet rot. Es leuchtet blau. Es leuchtet blau. Es leuchtet blau? Es leuchtet blau. Es leuchtet aber was anderes an, Oding. Es leuchtet das hier an. Ja, den Typen. Musst du erst mit der Springleitung finden? Boah, keine Wendigkeitspunkte kriegen. Cool. Du nicht. Ach, stimmt. Ich drück immer X zum Springen. Das geht mir auf den Sack. Das ist so dämlich, dass er ein einziges Springen ist. Oh, warte mal kurz. Geht gleich los. Bitte? Geht gleich los. Ich heil euch gleich. Komm schon. Alter, wie der aussieht. Hacke, Peter. Guck mal das Gesicht an, Alter. Ja, komm. Ich tarn mich mal. So. Los, Jut. Oh, das Hark klingt richtig. Alter, voll in den Stein reingekickt. Aber wir sind ja jetzt gerade wieder auf dem Weg in den Slums, oder? Ja. Eigentlich wieder zurück, oder? Ja, rein theoretisch. Huch. Ups. Da bin ich aber auch ziemlich froh drüber, denn die Stadt... Ich bin gerade oben in diese... Keine Ahnung, Gitter da reingeblitscht. Ja, ich war... Konnte gerade oben durchgucken. Du holen? Ich komme nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Kein Faden. Hast du keinen Haken, oder was? Ja, habe ich doch gemacht, aber der nimmt den nicht an bei mir. Der hat keinen Haken. Oh, vielen Dank, Honek Zocker. Hat uns auf YouTube ein Abo dagelassen. Das ist nett. Dankeschön. Das ist sehr nett. Ist schön. Ja, aber wenn wir zusammen spielen... Das ist schön. Das ist schön. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, was das alles gibt? Ja, der war's. Da musst du dich auch bei unseren Let's Plays dran gewinnen. Wir zanken uns immer mal. Weil Odin ist halt bescheuert. Ich nimm keinen Getackt mehr von dir an, mein Freund. Wenn du das nicht machst, kann ich mir das verbreiten. Ach, der Odin ist so arrogant mit seinen 4000 Abos. Der nimmt von kleineren YouTubern gar kein Getackt mehr an. So arrogant ist der. Nehme ich an, nur von Ordnung. Wir sind doch nicht in den Slums. Ja, komm, zwei Schritte nach vorne und wir können hier weiter haben. Hallo. Dankeschön. Das waren mehr als bei Spritze. Zwischen Sekunden. Ja. Ja, Slums zeigt doch. Adriale. Okay, doch. Traurig, Smiley. Traurig, Smiley. Konntest du Jade erreichen? Jade, bist du das? Crane, ich habe gehört, was du getan hast. Ich kann es sehen. Glaubst du mir jetzt, dass ich auf eurer Seite stehe? Das ist der dreckigen Bastarde. Er öfter September. Moin, Grußfighter. Beigegrüßt. Ich weiß. Grüße. Ja? 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 Wir treffen uns in dem roten Gebäude über dem Smaragd-Kanal und sehen dann weiter. Und Crane? Was ist gut? Die Infizierten sind hier noch grausamer als die in den Slums. Nochmal grausamer. Nochmal eine Stufe. Wie, sind wir jetzt irgendwie nochmal woanders? Oder? Nee, wir sind noch da. Ach du Scheiße, es ist doch dunkel. Ja, das ist dunkel jetzt, ja, aber... Warte mal, ich muss mal kurz die Karte aufmachen. Was ist denn los hier? Nee, doch, wir sind ja nur hier. Boah, fuck man ey, ich hab mich extra... Boah, Alter. Ah, ich bin im sicheren. Hahaha, die Nacht bricht rein. Boah, ich bin gerade... Tja, GRI-Pakete. GRI-Pakete. Ich wollte doch den Scheiß-Tessen dann mal anmachen. Vielleicht wird's dadurch mal besser. Mach mal an, genau, mach mal an. Mach, stopp. Ach, jetzt stirb doch mal. Alle tot? Kannst du das Chi-Paket aufmachen? Guck mal, vielleicht ist was gejagt. Oder was? Ich geh... Alter! Alter! Boah, so ein Penner, ey. Boah, ich gucke um das Chi-Paket rum. Du versuchst es ja irgendwie zu öffnen und das springt genau auf das Chi-Paket von oben. Boah. Hast du dich erschreckt? Kaum. Hahaha, ja. Dann gibt's doch. Boah. Alter, so ein Dreck. Äh, wir kriegen Besuch. Ja, komm, mehr Chi-Paket ist auf. Wo kriegen wir denn gesucht? Ich hab hier überall rote Pfeile, ja. Okay, jetzt sind sie nicht mehr da. Alter, was hier abgeht. Geil. Da oben, Alter. Ja, kommt, 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 ihr Schweiner, kommt. Kommt, hä? Ach, das war ja Ulin. Ja, hier ist doch das Haus. Wieso, wieso geht ihr denn nicht pennen? Hi. Hi, hier, die Luzi gerade abgeht. Warum, warum geht ihr denn nicht schlafen? Ist das schon dunkel. Ich will schlafen. Hat der Ulin Angst. Uh. Ja. Oh, 140, ey, 140 Wendigkeit gekriegt. Uh. Oh, da ist noch ein Profi. Alter, meine Waffe funktioniert nicht mehr. Ich wusste, glaube ich, mal wieder bauen. Hehehe. Oh, jetzt hab ich ausversehende Waffe geschossen. Sah aber cool aus. Muss man schon mal sagen. Ich möchte jetzt meine Waffe bitte... Piss dich doch mal. Jetzt hab ich meine Waffe versehende weggeschmissen. Oh. Muss meine Waffe. Na, die hast du weggeschissen. Was? Was ist denn hier los? Ist es nicht. Ich will es mir eine Waffe wieder haben. Die stark in seinem Kopf. Bloß der Kopf ist weg. Meine Waffe ist weg. Ich bin irgendwie... Wow, Alter, wie hart sind denn die? Verbiss dich, verbiss dich, verbiss dich, verbiss dich wie meine Wand, äh, meine weg, äh, meine Waffe wieder haben. Oh, ich bin schon wieder so viel, verpiss dich. Oh, jetzt hab ich meine schöne... Ach, oh, die, ne, ekelhaft. Ähm, jetzt hab ich meine 1200 Waffe verkackt hier, gibt's ja gar nicht. Ach, nicht, hier sei. Und die hatte doch bloß 400. Oh, scheiß Schattenläufer. Nachtläufer, Schatten, Nacht. Nachtschatten hier wächst. Nachtschatten hier wächst, genau. Eine Tomate. Ja, komm. Lecker, warum? Ach, ist das cool. Kriegen wir mal ein paar Punkte hier, ne? Bist du eigentlich der einzigste, der hier gekämpft? Steht ja alle da oben am Eingang und macht hier mimimi. Nee, ich hab noch die Wohnung, äh, gelotet. Komm, noch die Wohnung in Ruhe, gelotet. Komm, da drüben sind ein Haufen Zombies. Bats, bats, bats. Oh, scheiße, das hab ich jetzt nicht erwartet. Fuck. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Oh, ich bist dich. Komm, komm. Komm, ja, nix wegreden hier. Hahaha. Töten. Hahaha. Boah, alter, 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 alter. Was, ich bombe? Hä, 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 hä. Killer, killer, killer. Killer, das Ding. Und Schluss, geknackt. Oh, ich brauch'n Mad. Mad, bitte, ich brauch' mal kurz'n Mad-Kit. Alter. Oh, hi. Boah, alter, gelber. Alter, was hier abgeht. Boah, schon wieder Schattengewechs. Schattengewechs. Oh, Frau Mad-Kit. Alter, was hier abgeht. Geil. Geiert ihr denn rum? Ah, hier vorne geiert ihr rum. Ja, gerne, gar nicht. Hey. Woohoo. Ich kann noch nie mit langen gehen. Oh, ho, ho, ho. Das war'n Tipp gerade, Alter. Ja, 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 ja. Ah, nachtschattengewechs, oh, Thousands, ho. Aber der ist so, der ist halt so Platz, aber. Oh, ich bin. Okay. Ob gesagt, haben die Rwandtererts minutes? Alter hier. Undcap kommen wieder. Dreiecke. Drei Brós. Flexibilitet auch Alexandra Kress della Kamponsex đã verspakt und was die öfters geschort ist D 되atta. Der gelbe da, Alter. Scheiße. Komm schon. Alter, vier Dinger hier leuchten nebenan. Also diese gelben sind heftig. Da musst du echt aufpassen. Die kommt an die Rand und in die Hände.